Der Lockdown geht, die Fastenzeit kommt. Fastenzeit und Lockdown haben etwas gemeinsam, nämlich die Einschränkungen, den Verzicht. Aber es gibt auch deutliche Unterschiede. Vermutlich ärgert sich so mancher deswegen auch über den Lockdown, weil er an verschiedenen Stellen seines Lebens mit Einschränkungen zu tun hat. Das Konto, die Gesundheit, die Familie, überall werden einem Grenzen aufgezeigt, die man sich so nicht ausgesucht hat, an die man manchmal stößt. In der Fastenzeit ist das mit dem Verzicht und der Einschränkung ganz anders. Denn in der Fastenzeit ist die Einschränkung und der Verzicht, Alkohol, Fleisch, Medien, was auch immer ihr euch da vorstellen könnt. Dieser Verzicht ist in der Fastenzeit freiwillig. Sieben Wochen verzichtet man, schränkt man sich ein, um sich an Ostern besonders zu freuen und das Leben in seiner Fülle wieder zu genießen. Verzicht freiwillig hilft den unfreiwilligen Verzicht, das Leben mit den Grenzen als irdischer Mensch besser auszuhalten. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!